Nun zu Carl Gustav Jung. Ich hatte ja bereits viel über ihn erzählt. Hier eine bildliche Darstellung von ihm, ein sehr strenger Charakter auf den damaligen Fotos. Das sollte man dazu sagen, anders als hier bei Schulz von Thun. War nicht nur alles grau, sondern man musste auch eine möglichst böse Miene verziehen. Der Gesichtsausdruck und der adrette Haarschnitt, ebenso wie die perfekt sitzende Krawatte sagen, demnach nichts über die Persönlichkeit aus. Man sollte nicht zu sehr auf den äußeren Schein achten bei einem solchen Foto aus dieser Zeit. Ich habe an sich nichts gegen den Schein, aber in diesem Fall war es einfach üblich, das so zu machen. Es gehörte zum guten Ton, dass man sich so zeigt. Bis zu einem gewissen Grad gehört es ja auch heute zum guten Ton, dass man sich möglichst lächelnd, offen, herzlich und leicht angebräunt mit strahlendem Siegerlächeln präsentiert. Und da kann man mehr über die Zeit daraus ableiten, als über die jeweilige Person. Allerdings ist auch jeder Mensch immer Kind seiner Zeit. Insofern ist ein Foto immer gleichzeitig Selbstkundgabe, ebenso wie auch Sachebene. Was von der Beziehungsseite kommt, an der Stelle, wenn wir ein Foto betrachten, das liegt eigentlich eher in uns und nicht so sehr im Foto selbst. An dieser Stelle möchte ich mich auch ein bisschen abgrenzen von konstruktivistischen Ansätzen, die behaupten, alles, was man an zwischenmenschlichen Beziehungen sehen kann, das ist immer konstruiert. Und die Art, wie ich Schwerpunkte setze, das sei immer nur willkürlich, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt so etwas wie einen Kern, einen Kern aus Archetypen und Strukturen und dass es nicht nur willkürlich ist, sondern eben auch mehr. Ja, denn sowohl der Schulz von Thun als auch der Carl Gustav Jung sind ja ein bestimmter Typus im archetypischen Sinne. Sie vertreten den Lehrer, den Gelehrten, wenn auch in unterschiedlicher Gestalt. So doch, insofern gleich, da sie innerhalb dieses Quadrates stark auf der Sachebene sich wiederfinden und insofern würde man hier quasi irgendwelche X einzeichnen, würden sie wahrscheinlich eher auf dem Bereich Selbstkundgabe hier irgendwie sehr stark Positionen haben und nicht so sehr irgendwo anders. Ich sagte ja bereits schon, als es um Identität ging, wir alle haben unterschiedliche Felder. Ja, wir sind alle so eine Art an Möbel, die sich hier befindet und wir haben unterschiedliche Schwerpunkte. Und eine solche Person hat im Innenspiel ihrer Seele sicherlich hier ganz, ganz oft in den meisten Situationen bestimmte Bereiche, wo sie hier ganz stark agiert und wenige Bereiche, wo sie hier agiert. Und genau so funktionieren auch Persönlichkeitstests. Wenn ich Persönlichkeitstests habe, habe ich so eine Reihe von Fragestellungen. A, B, C. Und dann wird mir gefragt, sie haben folgende Situation, wie verhalten sie sich? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann kreuze ich das an. Und daraus, das nennt sich dann Faktorenanalyse, wird dann ein solches Profil erstellt und ich kann dann sehen, wo ich innerhalb einer solchen Achse mich befinde und welche Persönlichkeitsanteile ich habe. Natürlich gibt es da viel professionellere und bessere Methoden, die auch alle empirisch untersucht sind. Beispielsweise The Big Five, damit wird viel gearbeitet. Und das alles, und das ist der Punkt, geht eigentlich auf dieses Schema von Carl Gustav Jung zurück. Alle diese Schemata, die auch zur heutigen Persönlichkeitspsychologie geführt haben, die zu heutigen Unterteilungen und Modellen und auch zu empirischen Untersuchungen geführt haben, gehen darauf zurück. Das heißt, alle jene Leute, die jetzt sagen, das sei keine richtige Wissenschaft, die müssen eben bedenken, dass das, was ich gerade schilderte, diese Fragestellungen, wie ordnen sie sich ein, was würden sie tun in einer bestimmten Situation, ihre Frau beispielsweise hat sie betrogen, versuchen sie mit ihr zu sprechen oder hauen sie ihr mit einer Axt den Schädel ein. Je nachdem, was ich antworte, kommt hier etwas raus. Und das ist das, was ich auch schon ansprach. Es kommt natürlich sehr stark darauf an, wie ich die Fragen gestalte und es kommt sehr stark darauf an, ob die Fragen gut und sinnvoll sind. Und man kann sehr viel hinterfragen und sehr viel daraus gewinnen. Aber wir wissen, dass es funktioniert, denn würde es nicht funktionieren, würde nichts dran sein an dieser Darstellung und würde das nicht etwas abbilden, was tatsächlich in unserer Seele heute stattfindet, dann könnten wir mit diesen Profilen und mit diesen Analysen überhaupt gar nichts aussagen. An dieser Stelle eine kleine Selbstkundgabe mit starkem Sachinhalt. Hier eine von mir selbst oder der Ausschnitt einer Hausarbeit, die ich an der Uni geschrieben habe und die auch schon abgesegnet und benotet ist. Es handelt sich um mein geistiges Eigentum. Ich kann damit machen, was ich will. Natürlich besitze ich das Urheberrecht. Veröffentlichung ohne Nennung meines Namens ist demnach nicht gestattet, aber ich stelle das hier trotzdem rein. Hier, wer das sich angucken will, kann man noch einmal eine ganz, ganz lange Erklärung sehen über all das, einschließlich einer Kritik. Bis hin zu den entsprechenden Abbildungen von Profilen, die ich gerade benannt habe. Fußnoten, Erläuterungen, alles pipapo dabei. Die letzte Abbildung hier ist etwas verrutscht. Da sieht man noch mal das, was ich gerade angesprochen habe. So sehen diese Persönlichkeitsprofile dann halt eben aus. Und was wichtig ist dabei, ist, dass solche Dinge letzten Endes eben, weil es geht um diese ganz großen Zusammenhänge, auch Grundlage für moderne Genforschung sind. Wenn ich beispielsweise so einen Artikel hier habe, Homosexualität lässt sich nicht aus den Genen lesen und dann hier so etwas sehe, wie etwa zwei bis zehn Prozent der Menschen fühlen sich zum gleichen Geschlecht hingezogen. Oder wenn ich solche Dinge sehe, wie so und so viele Gene sind verantwortlich, dann muss ich natürlich verstehen, dass definiert wird an dieser Stelle, was ist Homosexualität. Und es gibt Versuche, wo man Homosexualität definiert hat, als haben Sie sich beispielsweise mal zu einem Mann hingezogen gefühlt oder im gleichen Geschlecht, einmalig in Ihrem Leben oder machen Sie das dauerhaft. Oder dann gibt es eine Definition von Homosexualität, die sagt, haben Sie schon einmal in irgendeiner Art und Weise ausprobiert, mit dem gleichen Geschlechtssex zu haben. Wenn man das fragt, kommt natürlich dabei heraus, dass Homosexualität zu 30 Prozent vererbt ist, denn es gibt einen Zusammenhang zwischen Extraversion in The Big Five, also zwischen meiner Bereitschaft, Dinge auszuprobieren und gleichzeitig mal auszuprobieren, auch mit gleicher Geschlecht was zu machen. Dass das natürlich nichts über Homosexualität aussagt, über das, was man allgemein darunter versteht, ist klar. Neuere Studien, die haben das natürlich aufgedeckt, diese Fehler in diesem Design, haben klar gezeigt, Homosexualität lässt sich überhaupt nicht aus den Genen lesen. Und die Forschung dieser Art, die sagt, man kann es zu 20, 30 Prozent lesen oder so, ist selbstverständlich als volliger Humbug einzustufen. Und da sollte man immer kritisch sein, wenn es um sowas geht. Ich will hier nur darauf hinweisen, dass diese ganzen empirischen Studien auf ganz starken Annahmen und Definitionen eben basieren und dass man das immer dann erkennt, wenn man sich die Präambeln, beziehungsweise die wirklich die, die, wie heißt es denn, die Methodik anschaut und sieht, wie die einzelnen Dinge, die untersucht werden, tatsächlich definiert sind und zu welchen Faktoren führen. Denn am Ende handelt es sich um Einsen und Nullen, die miteinander in Kombination gebracht werden. Und das, was wir empirische Wissenschaft nennen, das kann man dann auch hier in diesem kleinen Text, den ich hier geschrieben habe, aber das ist natürlich immer vor diesem Hintergrund zu sehen. Und insofern gibt es sogar einige Leute, die eben sagen, man kann eigentlich empirisch überhaupt nichts sagen und die da eine ganz, ganz kritische Haltung gegenüber einnehmen. Ich habe das jetzt noch einmal einfach eingeschoben, um wirklich deutlich zu machen, dass immer wieder diese Kritik, die kommt, das sei Esoterik und das sei alles keine echte Wissenschaft, natürlich genau richtig ist und auch wichtig ist. Und der einzige Problemherd, der sich dabei ergibt, ist, das wird jeder Skeptizist, von dem ich sehr viel Achtung habe, sofort zugeben, ist, dass diese Art von Problematik für die empirischen und angeblich naturwissenschaftlich so toll funktionierenden Wissenschaften genauso gilt. Wenn man sich die Mathematik dahinter anguckt, dann sieht man sehr schnell, dass das, wie gesagt, alles miteinander vernetzt ist und dass teilweise Carl Gustav Jung und Freud und viele Leute große Entwicklungen angestoßen haben. Man sieht auch in der neuen Neurologie heutzutage, dass die Dinge, die viel, viel komplizierter sind, ich möchte nur an so etwas erinnern wie Neuroplastizität, das ist im Grunde genommen etwas, was Freud eigentlich schockiert hätte, zu erfahren, dass der Mensch einen unglaublichen Einfluss auf die neuronalen Entwicklungen hat, dass die Neuronen sich selbst entwickeln und verändern können. Vor 30, 40 Jahren hat man das überhaupt noch gar nicht so realisiert. In sehr, sehr viel späteren Videos werde ich das noch einmal behandeln und werde ich auch noch mal auf Wissenschaftskritik zurückkommen. Hier geht es jetzt allerdings nicht so sehr darum. Ich finde es aber wichtig, dass man diese ganzen Dinge hier auch schon anspricht, um wirklich klar zu machen, wie sehen wir eigentlich diese Modelle aus heutiger Sicht, was können wir heute damit anfangen. Ich hatte es schon gesagt, dass hier das funktioniert. Das muss man einfach klar sehen. Wir können das relativ leicht erkennen, dass die Dinge funktionieren. Und was hat das jetzt alles mit Carl Gustav Jung zu tun? Carl Gustav Jung hat hier dieses Modell. Thinking, Intuiting, Feeling, Sensing. Und Carl Gustav Jung war selber Deutscher. Ich habe hier dieses übernommen, weil es ganz gut die ganzen Begriffe einmal darstellt, um die es geht. Er sagt halt eben, es gibt diesen Nukleus, da sind die Archetypen. Und der Urarchetyp ist der Kern der Persönlichkeit. Ich hatte das, ich verweise an der Stelle noch schon, versucht anzusprechen, als ich über Identität sprach. Das Chamäleon ist der Mensch, oder der Chamäleonartige Schauspielertyp ist der Mensch ohne richtigen Nukleus. Und jeder hat eigentlich irgendeine Kernpersönlichkeit, so wie die Vasilisa ist natürlich, also eine weibliche Kernpersönlichkeit, die mutige Frau, die ausbricht. Und das wechselt auch vielleicht, und ist auch altersabhängig ganz stark. Jemand, der 20 ist, kann als inneren Archetyp natürlich nicht den weisen alten Mann haben. Das ist dann schwierig. Und vieles ist auch Entwicklung. Und eine Entwicklung durch die Archetypen ist auch eben etwas ganz Wichtiges zu sehen. Und es gibt immer den Animus und die Anima, also die innere Weiblichkeit und die innere Männlichkeit. Das sind auch ganz wichtige Begriffe, um die es noch mal geht, die ich teilweise hier nur andeuten kann, weil man muss einfach mal verstehen, dass es sich um eine unglaublich komplexe, weitreichende, bis hin die moderne und auch stark in die Vergangenheit zurückreichende Theorie handelt. Oder eine Art großen Gedanken handelt, wo Carl Gustav Jung eine große Rolle spielt, aber als Schülerfreuz auch letzten Endes nicht eine so große Rolle spielt. Er hat dieses Seelenmodell entwickelt, wo er eben sagt, es gibt die äußere Person und es gibt diesen inneren Kreis von Archetypen, wo auch das Unbewusste liegt. Und worum es mir eigentlich hauptsächlich geht, sind diese verschiedenen Felder, die er einführt, Fühlen, Intuition, Empfinden und Denken, die natürlich sehr stark an Sachebene, Selbstkundgabe, Appell- und Beziehungsseite erinnern und sogar direkt, wie ich behaupte, zugeordnet werden können. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, wird einem das schnell klar. Aber zunächst eine ganz kurze Rekapitulation über das, was ich bisher besprochen hatte. Ich hatte ja angefangen, indem ich über Führungsstile sprach, indem ich über Autoritären und Laissez-Faire-Stile sprach. Dann bin ich übergegangen zu diesen verschiedenen Ebenen, Sachebene, Selbstkundgabe, Appell- und Beziehungsseite. Ich hatte das zuvor deutlich gemacht mit diesem Beispiel, dass ich sagte, der Autist, der ist auf der Sachebene immer nur, der Depressive auf der Beziehungsebene und über diese beiden Ebenen hier, Appell und Selbstkundgabe, hatte ich mich noch nicht so genau geäußert. Dann sprach ich über dieses Modell. Ich hatte das kurz angedeutet, worum es geht, dass es sehr komplex ist. Jetzt geht es mir darum, nach dem kurzen Ausschub darüber, was das mit heutiger Empirie und so weiter zu tun hat, da nochmal drauf einzugehen und insbesondere diese Bereiche genauer zu untersuchen oder besser gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes, unter die Lupe zu nehmen. Und da habe ich diese Darstellung hier einmal so anzubieten, möchte ich fast sagen. Wir haben hier die Bereiche, die Carl Gustav Jung ausmacht, ein klein bisschen anders angeordnet. Diese Anordnung werde ich auch beibehalten, denn es wird dieses Schema insbesondere, was eigentlich das Zentrum dieses Videos ist, eine sehr große Rolle spielen. Und ich werde das auch nochmal im nächsten Video aufgreifen, weil das ist jetzt wirklich das Eigentliche, worum es geht. Und ich wollte das im Vorfeld noch befreien von diesen ganzen falschen Vorwürfen, die damit in Verbindung stehen. Das sieht jetzt alles so schön und bunt und seltsam aus, aber ich habe es ja jetzt wirklich deutlich gemacht, dahinter steht ein ganzer Rattenschwanz an Forschung und ich könnte noch sehr, sehr viel mehr und werde wahrscheinlich auch sehr viel mehr noch an Texten hin und wieder mal einbauen und einstreuen. Inwieweit ich das mache, weiß ich nicht. Aber jetzt zur Sache. Wie ist der Zusammenhang zwischen dem hier und dem ganzen Geschehen der Sachebene, Selbstkundgabe, Beziehungsebene und Appellebene? Es ist klar, dass wir beim Fühlen natürlich die Beziehungsebene haben. Deswegen steht hier auch der Begriff Depression. Der Depressive hatte ich gesagt, das ist der Mensch, der alles immer persönlich nimmt, und der alle Inhalte beziehungsweise alle Aussagen so filtert, dass das emotionale Element das Entscheidende für ihn ist. Der Denkende steht natürlich dem Fühlen in dem Schema von Carl Gustav Jung gegenüber. Wir sehen hier oben Also der Begriff Erfahrung wird hier oben nochmal eingebaut. Der Denkende ist halt eben der, der einfach eine Erfahrung benennt und interpretiert im Sinne von A führt zu B, also rein logisch strukturiert arbeitet. Das ist das, was ich mache. Das ist das, was in der Psychoanalyse des Schizoide genannt wird. Und wenn ich über Autismus spreche, dann meine ich natürlich die Schizoide-Form des Autismus, die in einer Selbst-Zurückgezogenheit lebt. Die Schizoide-Persönlichkeit ist eine Persönlichkeit, bei der es sich um jemanden handelt, der sehr zurückgezogen lebt, der wenig soziale Kontakte hat und auch sucht und nur in kleinen Gruppen, wenn überhaupt, der sehr stark einsame, für andere Leute einsame Zustände bevorzugt. Er selbst empfindet es gar nicht als einsam. Der Schizoide hat Schwierigkeiten mit Gefühlen. Er hat Schwierigkeiten, damit seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Er arbeitet in Feldern, in denen es eher mathematisch und mit Zahlen zugeht. Er ist in der Regel auch eher wortkarg. Und der Schizoide ist der typische Vertreter des Denkens. Es ist wichtig zu sehen, dass dieses Denken natürlich als Begriff mit einem Archetyp in Verbindung zu bringen ist. Der rein denkende Mensch bin natürlich auch ich als Sprechender, der oft nur auf der Sachebene eben funktioniert. Während der rein fühlende Mensch eben wie gesagt, nur auf der Gefühlsebene funktioniert. Das Empfinden, da geht es auch um so etwas wie Sitte. Darüber geht es um so etwas wie, was ist richtig und was ist falsch. Da geht es auch um Evaluation. Evaluation, hier steht das Sensing, Evaluating, kennt man ja vielleicht auch aus der Uni. Das heißt, das Bewerten. Wie finde ich das? Das ist das, was der Zwangsneurotiker oder Obsessive macht. Der Archetypus dieses Charakterfeldes. Wichtig ist dabei zu sagen, dass wir alle diese Anteile in uns haben und dass wir uns unterschiedlich in diesen Feldern bewegen, dass es unterschiedliche Modelle gibt und dass diese Modelle letzten Endes auf diese Urform zurückzuführen sind, die Carl Gustav Jung entwickelt hat. Der Obsessive, der empfindende Mensch, der urteilt ganz stark. Also jedes Mal in irgendeinem Zusammenhang muss er irgendein Urteil abgeben. Er kann Dinge, Tatsachen nicht für sich stehen lassen. Wichtig ist, wenn man den Obsessiven begreifen, verstehen will, dass er sich sowohl des Gefühls als Ebene bedient, als auch des Denkens. Es gibt in der Regel keinen reinen Typus. Niemand, der nur obsessiv ist oder nur depressiv ist oder nur Schizoid ist. Der Obsessive beispielsweise, der nur obsessiv wäre, das wäre ein Mensch, der auf der reinen Appell-Ebene ist. Der Appell, der Befehl, dass du sollst oder du sollst nicht, du darfst und du darfst nicht, das ist dem Obsessiven zugeordnet. Oder wenn man das mit dem Phasenmodell eines Piaget, Sigmund Freud in Verbindung bringen will, der anale Charakter. Warum der anale Charakter? Weil in der analen Phase ist es eben so, dass das Kind das erste Mal lernt, aufs Töpfchen zu gehen. Das Kind hat gerade begonnen zu sprechen und hat gerade begonnen, den Begriff Macht und das Gefühl für Macht vor allem zu entdecken. Also Macht über den eigenen Körper, Macht über den Schließmuskel, Macht über die Verdauung und auch das Aussprechen des Ich will. Ich will das, ich will das, ich will das. Und den Zorn hat das Kind entdeckt. Das alles gehört zusammen. Und in dieser Phase kann es zu Entwicklungsstörungen kommen, die den obsessiven oder zwanghaften Charakter, der einen Waschzwang hat, das Anale wegmachen, reinigen und so weiter. Ich muss, ich soll, ich darf, ich darf nicht. Das ist gut, das ist rein, das ist unrein. Darum geht es. Also der Obsessive bewegt sich in dieser Gedankenwelt und jemand, der rein obsessiv ist, kommt da auch nicht heraus. Der ist völlig gefangen. Ich hatte dieses Beispiel von dem Einsiedlerkrebs, vielleicht auch der ist stark ins Schizioide, vielleicht auch noch ins Denken reingeht. aber der schon gar nicht mehr denkt wirklich und gar nicht mehr fühlt wirklich, der nur noch im Zorn ist. Nur noch so eine Empfindung von hier stimmt was nicht. Der die Nase rümpft, wenn ein Flüchtling bei ihm auf der Straße vorbeigeht und überhaupt gar nicht mehr begründen kann auf der denkenden Ebene und auch gar nicht seine Gefühle wirklich ausdrücken kann. Der nicht sagen kann, ich habe Angst und fühle mich bedroht. Der das schon gar nicht mehr kann, der einfach sagt, die stinken oder so. Der auf eine ganz seltsame Art und Weise begründet, weil ihm diese anderen Felder fehlen. Die Vereinseitigung und der Rückzug in sein eigenes Feld ist im Grunde genommen immer der Schlüssel zum Verständnis der Pathologie, also des gefährlichen, gesellschafts- und eigengefährdenden Zustandes, der sich dann eben in den entsprechenden Krankheitsformen äußert. Die Obsession ist eben die Zwangsneurose. Das ist ein anderer Begriff dafür. Der Zwanghafte ist normalerweise derjenige, der nicht anders kann, als irgendetwas Bestimmtes, eine bestimmte Handlung wieder und wieder und wieder zu machen. Und der auch magisch denkt. Deswegen auch hier diese Dreiecke. Das magische Denken ist das Denken, das sich aus der Kreisform des Fühlens, die sehr verständnisvoll ist und so weiter und der eckigen und kantigen Form des Denkens zusammensetzt. Das Denken in magischen Zusammenhängen. Der Obsessive ist auch der Verschwörungstheoretiker. Der Verschwörungstheoretiker, der zu Hause sitzt, seine Eisenbahn hin und her schiebt und der sagt, alle haben hier was getan. Wenn das stark ins Schizoide reingeht, dann wird er sich möglicherweise noch Schlösser und Waffen kaufen und dann entwickelt sich eine paranoide Struktur, die auf der Mittelachse zwischen Empfinden und Denken, also zwischen Obsession und Schizoide anzusiedeln ist. Allerdings eher ins Schizoide geht, da der Paranoide normalerweise eher aus der Angst heraus handelt und sehr, sehr starke denkerische Modelle entwickelt, also stundenlang, so wie ich jetzt quasi, Begründungen abgeht und sehr, sehr viel versucht über so eine sehr krude Tatsachenlogik, also über das Denken, seinen Wahn zu konstruieren, während der klassisch Zwanghafte, der kann schon gar nicht mehr so viel denken, der kann schon gar nicht mehr wie der Paranoide so viel an unterschiedlichen Theorien erzeugen und sich so viel ausdenken, der macht ja nur noch die ein und dieselbe Handlung, seine Eisenbahn hin und her schieben und wird eigentlich nur wütend sein. Der Obsessive, der Obsessive ist eher derjenige, der dann auch hingeht und eine Waffe nimmt und das alles bis ins Detail plant. Denn das Planen und das ganz genau bis ins letzte Detail ausarbeiten, das gehört auch ins obsessive Spektrum. Jetzt kann man sagen, das ist aber auch dem Denken sehr nah. Ja, in der Tat ist es so, dass wir die Tendenz haben in unserer Gesellschaft, dass Denken und Empfinden zusammengehören und dass wir hier die meisten Charakterstrukturen haben, in diesem Bereich, gerade bei Männern. Man könnte jetzt beispielsweise auf Studien eingehen, wo man in diesen Studien kurz zeigen kann, dass Frauen sich eher hier in diesem Bereich fühlen, Intuition bewegen und Männer eher im Bereich Empfinden und Denken und dass dieser Bereich sehr stark am Objekt orientiert ist, also die Eisenbahn oder auch das Objekt im Sinne von die Verschwörungstheorie und hier geht es eher um Subjekte, also um den anderen und um die andere Person. Ich möchte jetzt nicht sagen, das eine ist gesund und das andere ist ungesund. Ich werde gleich noch auf diesen anderen Bereich zu sprechen kommen, Ich wollte nur sagen, dass dieses Dreieck eben hier nicht einfach so aus Jux gewählt ist, sondern dass es tatsächlich gewählt ist, um zu zeigen, erstens geht es hier um Substanz, es ist das Schwarze, auch das Nazitum, das Historische, das Organisierte und das Strengstraffe und das in Hierarchien Denkende, das alles symbolisiert letzten Endes das Dreieck und es setzt sich eben zusammen aus das Empfinden aus dem Fühlen, Ich fühle, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich das Denken und ich muss jetzt planen und organisieren. Hier kann man dieses Feld der Obsession sehr gut beschreiben und sehr gut hier durch das magische Denken deutlich machen. Das magische Denken ist das Denken in Horoskopen. Das ist natürlich dann ganz, ganz verirrt und da sind diese sehr interessanten Dinge, die ja auch von einem etwas zwanghaften Typus wie ihn der Carl Gustav Jung darstellt, entwickelt worden ist, wirklich ins Krankhafte und ins Wahnhafte abgeleitet. Aber man sieht, dass man eben, und das ist das Schöne, auch etwas gewinnen kann aus dem Denken und dem Empfinden, nämlich diese Struktur hier, die das hier so beschreibt und deutlich macht, ist ja selbst letzten Endes eine Struktur, die aus dem Bereich des Empfindens und Denkens herauskommt. Ich selbst bediene mich ja einer linearen, eher wenig grundlichen Form und linearen Strichführungen, um letzten Endes von dieser Seite in den Bereich Fühlen und Intuition vorzupreschen und auf eine sehr, sehr, sehr mathematische Art und Weise mit auch einem recht mathematischen Vorlauf hier annähere. Und ja, man merkt, denke ich auch, man kann das auch als Selbstgrundgabe verstehen, dass ich, und ich möchte das jetzt nochmal ganz deutlich machen, dass ich wirklich das hier als etwas ganz Wichtiges für mein Leben betrachte. Und genau diese Aussage, mir ist das wichtig, ich finde das schön, mir macht das Spaß, es ist für mich eine große Freude, geht aus dem Bereich Empfinden und Denken stark heraus und plötzlich sind wir im Bereich der Intuition und auch ein bisschen in den Bereich des Fühlens. Die Intuition ist im Grunde genommen das, was uns eigentlich mit unseren Gefühlen in gewisser Weise, so würde man es jetzt wahrscheinlich als Mann empfinden, in Verbindung bringt. Die Intuition ist das, was man letzten Endes das Kreative und Wilde nennen kann. Das, was explosionsartig herauskommt. Die Intuition ist eine wunderbare Eigenschaft, weil die Intuition befähigt mich als Sprechenden und als Kreativgestaltenden das hier so anzuordnen in dieser wunderbaren Struktur, wo man halt eben tatsächlich das Runde und Violette dem Fühlen zuordnet, das Gelbe und Grüne der Intuition selbst, das ein bisschen verwackelt und diffus ist, aber irgendwie doch seine Spitzen hat, das Schizioide dem Grauen und so und das sind alles intuitive Elemente und die Intuition steht mit der Kunst in Verbindung und in diesem Sinne steht die Intuition auch mit der Hysterie natürlich in Verbindung. Das Letzte, was ich hier sozusagen noch nicht beschrieben habe, die Hysterie steht dem Empfinden dem Obsessiven gegenüber. Der Obsessive ist fokussiert, schaut auf die Geschichte, schaut sich auch gerne in der Vergangenheit um und sagt, unsere Vergangenheit ist ganz wichtig und liebt das, was schon geschaffen ist, wenn die Scheiße schon da ist. Das ist das, was den Analen interessiert, den Obsessiven interessiert. Aber das ist nichts Schlechtes und nichts Böses, denn es ist auch etwas, was Struktur und Halt gibt. Eine Halt und eine Struktur, die der intuitive, hysterische Typ möglicherweise sogar braucht, denn dieser hysterische und etwas lockere Typ, der sehr viele Selbstaussagen macht, der sehr viel über sich selbst spricht, er tut das aus einem bestimmten Grund, denn auf der Suche nach sich selbst hat er unter Umständen so viele Gesichter, dass ihm jede Substanz fehlt. Er verleugnet das, was der Empfindungsmensch, der Obsessive, ganz, ganz stark lebt, nämlich, dass es einen Kern gibt, dass es historische Tatsachen gibt, dass es so etwas wie Sittlichkeiten, so etwas wie Moral gibt, denn das sind die Stärken des Obsessiven. Der Obsessive ist das Gesetz und die Moral mit allen Schattenseiten und allen Vorteilen, die das bringt und die Intuition, die dem Hysteriker entspricht, entspricht der Kunst und dem Auflockern der Revolution und letzten Endes auch dem Herausbrechen aus der Konvention, das Herausbrechen aus dem Althergebrachten. Die Kunst selbst ist ja immer ein Hervorbrechen. Jeder neue Moment und jede Rolle, in der wir uns neu entdecken und neu finden und neu selbst zeichnen, ist ein Herausbrechen. Und so wie es dem Obsessiven guttun würde, ein wenig Rollenvielfalt in seinem Leben zu lassen, so würde es dem Hysteriker, dem kunterbunten Philou, dem Menschen, der unterhaltsam ist, der witzig ist, der vielleicht auch manchmal zu sehr die Aufmerksamkeit auf sich zieht, denn das gehört zur Hysterie und ins Spektrum der Hysterie ganz stark mit hinein, guttun würde. Na, denn der Hysteriker ist jemand, der keinen Kern hat. Und während ich über die Hysterie spreche, merke ich selbst, dass ich oft Sätze nicht zu Ende bringe, dass ich stark in das Selbstreferentielle und das über mich selbst Aussagen mache, hineingleite und auf der Suche bin nach Rückbindung, nach Kopplung, nach Struktur. Denn ich bewege mich natürlich und ich bin jetzt gerade in diesem Selbstoffenbarungsmodus, der sich natürlich ergibt, wenn ich auf die tiefen Dimensionen meiner Selbst auf diese Art und Weise zu sprechen komme, ich selbst befinde mich eigentlich von der Grundstruktur, vom Grundarchetyp her im Denken. Ja, im Denken und der Denkende hat eben die Möglichkeit, das Empfinden, also die Geschichte, die historischen Zusammenhänge, die Organisation, die Struktur und gleichzeitig die Intuition miteinander zu verbinden. Das ist das Besondere. Der Intuitive kann eigentlich nicht direkt zum Empfinden, der Empfindende kann nicht direkt zur Intuition. Der Denkende, aber genauso der Fühlende kann über das Denken diese beiden Dinge stark miteinander in Verbindung bringen. Und genau das ist das, was ich tue. Auch ich befinde mich in diesem Feld, jetzt hier als Denkender, gehe über ins Feld der Intuition, bediene mich der Intuition und bediene mich des Empfindens, um diese beiden letzten Endes auf dieser Mittelachse gegeneinander abzuwägen und komme dann zu dem, was mein persönlicher Schatten ist, nämlich das Fühlen. Ich habe in diesen ganzen etlichen Stunden nicht ein einziges Mal über das gesprochen, was ich fühle. Und das, das ist das Signal für mich da ist mein Schatten. Ich habe einen verschütteten Zugang bloß zu meinen Gefühlen. So wie der Gefühlsmensch, der Depressive, einen verschütteten Zugang bloß zu seinem Denken hat. Der Gefühlsmensch kann, und ich möchte nochmal das Beispiel vom Anfang, ganz am Anfang aufgreifen, eben nicht, wenn er diese Nachricht von seinem Chef hört, ich bin enttäuscht von Ihnen, das Ganze logisch einordnen und sagen, das sind vier verschiedene Aussagen, eine davon ist die Enttäuschung, die nimmt nur 10% der Gesamtaussage an, dementsprechend muss ich das bewerten. Genau das kann der Gefühlsmensch nicht. Der Gefühlsmensch denkt, oh Gott, der andere ist enttäuscht von mir und fängt an zu weinen. So etwas würde mir niemals passieren und ich weiß, dass viele Menschen, die in diesem depressiven Spektrum sind, mich dafür beneiden. Aber ich selbst und ich will jetzt nicht darauf eingehen, das werde ich nicht machen, habe auch starke Probleme im emotionalen gefühlsmäßigen Bereich und kann dort natürlich von dem depressiven ganz viel lernen. Ganz viel lernen, wenn es darum geht, Gefühle auszudrücken. Der Depressive würde niemals so einen Kanal machen, wie ich ihn jetzt gestalte. Nicht in der Form, nicht mit der Sprache. Der Depressive würde stark möglicherweise in die Intuition gehen, stark ins Empfinden gehen, denn er kann sich letzten Endes dieser beiden Felder genauso bedienen, wie es der Denkende kann und würde was tun? Ein Lied komponieren und singen. Für mich ich mache das normalerweise nicht, aber ich mache jetzt mal eine kleine Ausnahme, ich werde jetzt ein Beispiel nennen, nämlich die Künstlerin Adele, meine absolute Lieblingssängerin, also wirklich, spricht mich auf eine Art und Weise an, die ich kaum in Worte fassen kann, befindet sich natürlich rein auf der Gefühlsebene. Das ist das, was der Depressive kann und was er tut. Er drückt das, was ich sage, diese ganzen Konflikte und all das, auf einer emotionalen Ebene aus. Oft ohne wirklich zu wissen, was er dabei denkt. Und so, wie der Denkende oft in die Gefahr fällt, das Fühlen zu missachten, kleinzureden und zu sagen, das ist doch alles nur sentimentales Geschwafel und Gejammer und sich auf die Art und Weise über den Schatten, den er selbst nicht integriert hinweg setzt, anstatt den Feind zu lieben, ich hatte das schon angesprochen, so geht es dem Depressiven auch. Und er nennt den reinen Denkenden also mich, einen eiskalten Analytiker, der überhaupt keinen echten Bezug zu den Dingen hat und die Dinge nicht wirklich erkennt, weil ihm der Zugang zum Gefühl und zur Kunst und zum Selbstausdruck, zum Gesang und zu allem, was schön und rein ist im Leben fehlt. Anstatt zu erkennen, dass der Denkende auf wunderbare Art und Weise diese ganzen Produkte des Gefühls und diese ganzen schwierigen und diffusen Dinge, die sich dort abspielen, benennen und gliedern und einteilen kann und dadurch letzten Endes dem fühlenden Menschen eine Art von Sicherheit gibt und eine Art von Klarheit und Freiheit, die dieser vorher so noch gar nicht in sich selbst wahrgenommen hat, weil er ihn dazu bringt, seine eigenen Grenzen wahrzunehmen. Denn die inneren eigenen Grenzen wahrzunehmen, das ist die Kernkompetenz des Schizoiden. Während die Kernkompetenz des Depressiven ist, die Grenzen aufzulösen. Jetzt kann man an dieser Stelle sagen, das ist alles nicht so nah an der Empirie. Wir haben da Schlüssel, wo genau festgelegt wird, was depressiv, was obsessiv, was histrionisch würde man heute sagen und was Schizoid ist. Schizoid würde man aufteilen in Paranoid und andere Strukturen, aber im Grunde ist es das. Ich schlüsse mich da auf Aussagen von Raphael Bonelli, das ist der Leiter von einem Institut in Wien, der das eben so beschrieben hat und der eben sagt, man muss eigentlich sehen, dass diese Begriffe dasselbe bedeuten und dass sie nur verändert werden, weil sie so oft missverstanden werden. Ich möchte wirklich deutlich machen, was ist eigentlich der Rollenspiel, Verspieltheit und mit der Schattenseite Suggestiv sein, andere manipulieren und manipulierbar sein, kein eigenes Ich, keinen eigenen Kern haben, Schwierigkeiten mit Inhalten und Inhaltsebenen haben, immer auf die Zukunft ausgerichtet sein, nie die eigene Vergangenheit reflektieren und diese ganzen Dinge und auch sexuell anstößiges Verhalten unter Umständen stark verführend, ohne richtig ins Konkrete zu gehen, die Substanz, die der Obsessive hat, der Obsessive ist sozusagen derjenige, der tatsächlich die Sexualität auch will und den starken Wunsch nach Bindung hat, unter Umständen allerdings völlig unfähig ist, das auf eine Art und Weise auszudrücken, die irgendwie kreativ und interessant ist, während der Hysteriker das wunderbar kann, kreativ, interessant, alle Möchte er sich nicht binden, weil er dann Angst hat, seine Freiheit zu verlieren. Er kann vom Empfindungsmenschen so etwas wie Sicherheit bekommen und der Empfindungsmensch kann von Hysteriker ein bisschen was von dessen Vielfalt und chameleonhafter Natur übernehmen und auf die Art und Weise gleichen sich beide gegenseitig aus und kommen ihrem Schatten näher und in der Liebe, die sie zueinander empfinden, in der Feindesliebe, wenn man so will, können sie wachsen und sich eher der Mitte ernähren und die Mitte ist ja das Ziel hierbei. Jeder hat seinen jeweiligen Schatten, jeder befindet sich mehr oder weniger in einem bestimmten Feld und muss auf die eine oder andere Art und Weise sich mit seinem jeweiligen Gegenstück auseinandersetzen. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal, ich habe das jetzt alles sehr stark vom Denken aus beschrieben und das ist natürlich in gewisser Weise auch eine Selbstoffenbarung, wenn ich das so tue und über meine Gefühle und warum ich habe mich natürlich selber schon sehr stark damit auseinandergesetzt und kenne meine Gefühle und weiß das alles und habe meine Animalen gewissermaßen auch schon auf eine dramatische Art und Weise aber auch eine sehr schöne Art und Weise freigelegt für mich selbst ich werde das aber eher abstrakt und jetzt nicht mit so viel persönlichen Untertönen dann wenn das in den folgenden Videos drankommt dann behandeln also da werde ich auch nochmal auf das Thema Mann Frau eingehen und ich werde auch nochmal etwas dazu sagen was diese ganzen Inhalte hier genau bedeuten der Schatten den sieht man hier ich hatte das gerade angesprochen in Animus und die Anima sieht man in diesem Modell das ist natürlich das jeweils andere ist natürlich in Adele vertreten durch die Frau die eben in ihrem Gesang und in ihrer Musik da sehr ähnliche Dinge tatsächlich ausdrückt wie ich das würde man nicht denken aber man kann das mal genau analysieren wie brillant auch teilweise die Musik ist also es gibt wirklich so brillante Lieder mit Untertönen mit Halbtönen mit verschiedenen Elementen auch die Art wie sie das singt und wie sie mit der Stimme umgeht und so das ist eine Wissenschaft für sich die Musik insgesamt ist sehr stark dem Fühlen zugeordnet das könnte man jetzt alles jetzt ganz stark hier benennen also wenn man jetzt so einen typischen Musiker hat der möglicherweise brillant ist der bewegt sich natürlich auf der Mittelachse zwischen Hysterie und Depression und muss das Obsessive und das Denken in sich integrieren und sagt dann wahrscheinlich Notenlesen finde ich scheiße das würde dem Schizoiden und dem Denken entspringen und Lernen finde ich auch kacke aber wenn er Notenlesen lernt und wenn er viel übt dann erst wird er diese Brillanz und diese wunderbare unglaubliche Fähigkeit die er hat erst voll zur Entfaltung bringen wenn der Musiker also ich bin ja kein Musiker das wäre auch sozusagen mein Gegenstück der Musiker und ich liebe Musik gerade weil ich eben nur diesen indirekten nicht unmittelbaren Zugang habe der Musiker wird jemanden wie ich wie mich der ich mache selber Musik aber es spielt sich auf einem sehr sehr unterschwelligen niedrigen Niveau ab der wird jemanden wie ich wie mich möglicherweise mit so einem gewissen Mitleid betrachten und sagen naja das ist bloß ein gelehrter Schwätzer aber der hat eigentlich gar nicht diesen eigentlichen und wahren Zugang dazu und er hätte recht damit absolut aber was wäre der Hysteriker ohne mich den Obsessiven der ihm zuhört und ihm stundenlang zusieht und sagt du bist ein Medium und ein fantastisches Wesen und ich liebe deine Musik und du bringst mich in Kontakt mit Welten von denen ich gar nicht wusste dass sie existieren und ich bin dankbar dass du existierst und dass du in dieser Welt bist und der Hysteriker der so selbstlos ist und sich selber nicht fühlt der plötzlich merkt da ist jemand der gibt mir eine Rolle und der gibt mir eine Identität dadurch dass er mich ansieht also es entstehen wunderbare beschreibbare Situationen die natürlich nur der denkende Mensch beschreiben kann wodurch die Sache nicht abgeschwächt wird wie der fühlende vielleicht denken würde sondern gerade noch regelrecht erst heraufbeschworen das Denken und das Fühlen wenn das zusammenkommt dann können unglaublich wunderbare Dinge entstehen dann können dann entstehen auch wirklich große Wissenschaften beispielsweise Wissenschaften die eben auch das Subjektive mit einbeziehen und dieses reine Denken hat ja auch von dem wissenschaftlichen Diskurs her wenn man jetzt mal ins Abstrakte geht die Wissenschaft ganz lange dominiert und jetzt wo die Frauen auch eine größere Rolle in der Wissenschaft spielen und das ist der Punkt wird die Wissenschaft erst wirklich zur Wissenschaft weil sie plötzlich sieht wir müssen diese intersubjektive Dimension die Vielfalt die unterschiedlichen Situationen und so weiter mit anbeziehen ich hatte über den systemischen Ansatz gesprochen also wir gehen raus aus dem rein mechanischen ins systemische aber man muss auch sehen wenn wir zu viele Faktoren zu viele Variablen haben das weiß der Mathematiker dann können wir am Ende keine Aussagen mehr machen das heißt selbst auf der Ebene der Aussagenlogik sehen wir dass diese Felder eine Relevanz und eine Rolle spielen ich habe jetzt zu diesen Feldern sehr 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 viel gesagt und sie sind wirklich ganz ganz wichtig denn das hier geht eigentlich auf Carl Gustav Jung zurück und es ist der Schlüssel zum Verständnis dessen wie ich Psychoanalyse von Grund auf behandle und ich möchte das beginnen indem ich den Ursprung hier setze natürlich bin ich auch sehr sehr stark an Freud und an solchen Dingen interessiert aber dieses Grundschema ist ganz wichtig zu erkennen und ich werde immer wieder darauf verweisen ich werde auch immer wieder auf dieses spezielle Video verweisen denn dieses spezielle Video hier ist eins der Kernvideos es ist von allen Videos die ich bisher gemacht habe für die Gesamtkomposition dessen was ich hier vorhabe bisher das wichtigste und insbesondere dieser letzte Teil die letzten 30 Minuten wo es eben um genau dieses Modell ging es hat einen langen Vorlauf und es braucht einfach wirklich lange um das zu erklären ich hoffe es ist deutlich geworden Gefühls Aussage ich habe eine Hoffnung Selbst Aussage ich hoffe es ist deutlich geworden warum das so wichtig ist denken das ist wichtig ja wird empfinden so geschrieben ich weiß es gar nicht ich gucke mal schnell nach ja wird so geschrieben also ich bin schon ganz gaga im Kopf weiß schon nicht mehr wie empfinden geschrieben wird also mein Denken ist natürlich auch irgendwann kommt an sein Ende und dementsprechend würde ich sagen sehe ich es als Zeichen Gottes womöglich dass jetzt heute für mich der Punkt gekommen ist wo ich dieses Video beende und ich werde es mir nochmal anschauen und dann überlegen wie ich zum nächsten Thema beziehungsweise zum nächsten Folie beziehungsweise zum nächsten Komplex überleite und das Ganze zusammenzure und bis dahin alles Gute und Ciao Ciao und ja vielleicht mit einer Gefühlsaussage diesmal enden auch wenn ich bisher das alles nur für mich selbst mache und im Eigendialog bin und mich in dieser schizuiden seltsamen fragilen Welt bewege zwischen all diesen Konstrukten und aus dieser Draufsicht hier das Ganze gestalte und ich glaube meine Videos die ich bisher reingestellt habe hat noch nicht eine einzige Person angeschaut es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich habe unglaublich viel Freude daran und ich liebe es und ich wollte eigentlich keine Gefühlsaussage machen aber ich sage es und die Leute die andere Dinge von mir schon gesehen haben Videos die ich mal gemacht habe und wieder gelöscht und ich weiß es gibt Leute die haben alle Videos gesehen was ich unglaublich finde es gibt Leute ich habe mal eine große Videoreihe gemacht die so ähnlich war wie das hier aber nicht ansatzweise so 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 perfekt organisiert ich wollte das jetzt nochmal kurz sagen und es gibt Leute die tatsächlich alles gesehen haben und ich sage euch falls ihr das nochmal irgendwann euch anguckt ich sage euch ganz klar letzten Endes ist meine Motivation immer noch aus dem Fühlen letzten Endes tue ich das ihr werdet das verstehen aus Liebe aus einer extrem transzendenten Liebe die immer noch den persönlichen Bezug aufweist aber sehr sehr stark in etwas Neues schon wirklich transformiert ist und es ist unglaublich schwer darüber zu reden und es ist schwer meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen weil sie teilweise so anders sind und so seltsam aber ich bin jetzt inspiriert durch mein eigenes Geschwafel das jetzt an dieser Stelle wenigstens mal ganz kurz zu tun und will es aber dabei jetzt auch belassen